Schönen guten Tag Leute, herzlich willkommen bei Amazon, FBA, bei Markus. Ich hoffe du hast einen großartigen Tag und heute zeige ich dir mal einen kleinen Trick, der in der Summe mit anderen kleinen Tricks, die ich auf meinem Channel mache, den großen Unterschied mache. Nämlich, heute geht es um das Formatieren, um das richtige Formatieren einer Produktbeschreibung. Hört sich langweilig an, ich kann dir aber versprechen, das hast du in einer Minute verstanden. Und du musst dir mal vorstellen, du startest auf der gleichen Position wie alle anderen, du hast die gleichen Chancen wie alle anderen, wenn du die Produktbeschreibung ausfüllst, aber du benutzt kleine Tricks, die ich hier zeige. Und jeder kleine Trick bringt dich ein bisschen über deine Konkurrenz und hast du noch einen und noch einen und noch einen und noch einen und in der Summe bist du plötzlich so weit über deiner Konkurrenz. Und was macht das? Das macht den Unterschied, den Unterschied, ob jetzt jemand sagt, er kauft das Produkt deiner Konkurrenz oder dein Produkt und du bist dem so weit überlegen und in der Summe machen zehn kleine Dinge, die du in einer Minute verstanden hast, den Unterschied, warum du vielleicht zehnmal so viel Umsatz machst wie deine Konkurrenz, weil die Kunden sagen, wow, deine Produktbeschreibung, deine Fotos, bei dir sieht alles so gut aus, ich habe 100% Vertrauen, dein Artikel zu kaufen. Es unterscheidet sich so stark von der Konkurrenz, dass es mir klar ist, dass ich dein Angebot wähle und nicht vielleicht einer der zehn Konkurrenten, die genau das gleiche Produkt eigentlich haben, aber weil du alles richtig machst, kriegst du die Verkäufe und die anderen sehen nur zu und fragen sich, warum verdient der so viel Geld, der hat genau das gleiche wie ich, aber es sind eben die Kleinigkeiten, den Extraschritt, den du gehst und den die anderen gar nicht kennen und gar nicht wissen, dass es eigentlich daran liegen könnte. Und das schauen wir uns einmal an. Das zeige ich dir auf meinem Mac. Hier sind wir jetzt vor Amazon und ich habe mal als Beispiel zwei Produkte rausgesucht, bei denen du das auf Anhieb verstehst, was du hier sagen willst. Schau dir zum Beispiel das Produkt an. Hier, der hat sich vom Hersteller, denke ich mal, die Fotos besorgt und hier eingefügt. Sehr schön. Du siehst, was das Produkt ist und du siehst auch, was man damit so machen kann. Aber eben schauen wir hier drunter. Hier hat er noch ein bisschen mehr Informationen reinkopiert. Das ist hier eine ganze breite Reihe mit Wörtern. Ich finde, das macht es relativ unübersichtlich und schwer zu lesen. Und mit den Augen übersiehst du das beim Scrollen. Hier sind so viele Bilder. Das scrolle ich eigentlich sofort drüber. Das fällt mir gar nicht auf. Und da muss ich schon jemand sein, der genau wissen will, wie viel wiegt das? Wie viel fasst dieser Faltbecher? Wie groß ist das Ganze zusammen? Also das muss ich schon direkt suchen, damit ich das auch finde. Und das könnte man ein bisschen prominenter herausstellen und ein bisschen besser präsentieren. Das zeige ich dir mal. Der Typ hat hier auch ein Geschirr, das ist wahrscheinlich aus Plastik gemacht, um es draußen zu benutzen. Und jetzt scrolle ich mal runter und jetzt siehst du hier seine Produktbeschreibung. Es ist schon mal ein bisschen mehr Text drin. Es hat er ein bisschen schöner ausgeschmückt. Aber dann steht hier praktisch das Gleiche. Es ist das Gewicht angegeben, es sind die Größen angegeben und was dabei ist, das steht eigentlich auch hier drin. Aber ich meine, guckt das schon mal mit den Augen an. Das macht es sehr schwer zu verstehen. Alles in einer Reihe geschrieben, anstatt es ein bisschen zu formatieren. Und was macht er hier? Er hat die Überschriften fett formatiert und er hat nochmal hier zwei besondere Vorteile fett formatiert. Dann hat er Leerzeichen eingefügt und dann hat er hier nochmal Stichpunkte, Bullet Points hinein kopiert. Und das ist doch so einfach. Das hat eine Minute gedauert. Aber guck mal, wie viel Unterschied eine Minute macht, allein für deine Augen, diesen Text zu erkennen und diesen Text zu erkennen. Und dann, wenn ich den Text überhaupt gefunden habe, wie viel Interesse habe ich mir das durchzulesen. Aber im Gegensatz hierfür, da denke ich, okay, das ist nochmal wertvoller Inhalt, das lese ich mir durch. Umso eher werden dir sagen, okay, ich kaufe das jetzt. Ich habe jetzt Zeit auf deinem Artikelangebot investiert und deswegen werde ich das auch kaufen. Also deswegen solltest du als Verkäufer die eine Minute extra investieren. Und wie bekommst du das jetzt hin? Hat Amazon wie Word zum Beispiel, Microsoft Word, ein Button, wo du auf B drücken kannst und dann wird es fett formatiert? Nein, das ist es nicht. Amazon hat einfach nur eine Box, da kannst du den Text reintippen. Du kannst ihn auch im Word formatieren mit Leerzeichen und Fettformatierung, wie willst, und dann reinkopieren und er kommt dann so raus. Was du machen musst, sind HTML-Befehle zu nutzen. Wie sehen die aus? Die sehen so aus. Und zwar, der HTML-Befehl, um auf einer Internetseite einen fett gedruckten Text darzustellen, ist so, dass du ein B in diesen spitzen Klammern schreibst vor das Wort, was du formatieren willst. Und dann wird alles, was danach kommt, fett formatiert. Du willst aber nicht den ganzen Text fett formatieren, sondern vielleicht nur ein Wort oder drei Wörter. Deswegen musst du dem Browser sagen, wo die Formatierung aufhört. Und das machst du mit diesem Schrägstrich B. Das gleiche, wenn du etwas unterstrichen haben willst, Underline, da kannst du mit U beginnen und dann beendest du die Formatierung mit Schrägstrich U. Dann willst du in einer neuen Zeile weiterschreiben, dann schreibst du BR. Dann machst du nämlich einen Zeilenumbruch. Wenn du dann eine Leerzeile haben willst, also dass es nicht nur in der nächsten Zeile weitergeht, sondern die nächste Zeile leer bleibt und darunter geht es weiter, kannst du einfach zweimal BR schreiben. Jetzt gibt es zwar auch einen HTML-Befehl, um diesen Bullet Point hier, diesen Stichpunkt zu erzeugen. Das verbietet Amazon. Amazon verbietet eine ganze Menge HTML-Befehle. Das sind eigentlich die meisten. Die lassen nur ganz wenige zu. Und dieser Bullet Point gehört nicht dazu. Aber es gibt einen Trick, wie du den trotzdem reinbekommst. Du schreibst ihn einfach irgendwo hin, kopierst ihn und fügst ihn ein. Das heißt, hier gehst du auf Kopieren und dann gehst du auf deine Amazon-Maske und sagst Einfügen. Und da hast du den drin. Also behalte es im Hinterkopf für den Moment, wo du dein erstes Produkt erstellst, wo deine erste Produktbeschreibung erstellst. Behalte es im Hinterkopf, schreib es dir auf, was du hier im Video siehst oder merke dir das Video irgendwie, dass du es dann wieder aufrufen kannst. Weil das ist ganz, ganz einfach, aber das macht einen Riesenunterschied. Und ich gehe jetzt mal als Beispiel hier über diesen Text. Wie hätte er das besser machen können? Den kopiere ich mal hier rein. Wie würden wir das jetzt formatieren? Das Ganze können wir uns jetzt einfach mal vielleicht hier im Word so formatieren, wie wir es haben wollen. Das heißt, das wäre jetzt die Überschrift. Dann würden wir sagen, wir möchten die unterstrichen haben. Das ist ein Satz. Und dann steht hier Details, Doppelpunkt. Da würde ich dann weiter mit Bullet Points machen. Eine Box mit Befestigungsgurt. Zwei wasserdichte Boxen. Ein Faltbecher. Das ist der Inhalt. Deswegen nenne ich das hier Inhalt. Und das Ganze formatiere ich Fett. Und das nenne ich Details. Und formatiere es auch Fett. Das machen wir jetzt erstmal nur zum Angucken. Und dann fügen wir gleich die HTML-Befehle rein, wie wir die brauchen. Das sind alles Details. Packmaß. Material. Okay. So. So würden wir es gerne haben. Gucken wir mal, was das für einen Unterschied schon macht. Wenn es so aussieht und nicht eben so in einem Satz da steht. Zehnmal besser. Jetzt wollen wir das formatieren, dass es so aussieht. Und wir haben mit der Überschrift angefangen, mit dem unterstrichenen. Und deswegen kommt da das U davor. Und dahinter mit dem Schrägstrich. Dann wird es auch so umgesetzt als unterstrichen. Dann wollen wir weitermachen mit einer Leerzeile. Und dafür brauchen wir hier ein BR und hier ein BR. Dann geht es nämlich mit einer Leerzeile und dann in der nächsten Zeile weiter. Danach ist wieder eine Leerzeile und danach geht es wieder in der nächsten Zeile weiter. Aber diesmal mit Fett. Deswegen nehmen wir hier das B und müssen das vor das Wort Inhalt kopieren und auch danach mit einem Schrägstrich, um dem Browser zu sagen, dass es hier wieder beendet ist. Dann kommen die Bullet Points. Dann kopierst du dir den Bullet Point und fügst sie hier vor die Wörter ein, dass du das auch so direkt mit kopieren kannst. Dann geht es wieder in eine Leerzeile. Dafür haben wir gesagt, brauchen wir das B. Jeder von den Stichpunkten ist in einer separaten Zeile. Deswegen muss jeder von den Stichpunkten auch ein BR haben. Dann ist eine leere Zeile und dann geht es weiter mit Details. Details wieder Fett geschrieben. Kopieren wir uns das B hier weg. B steht übrigens für Bold. Und beenden das Ganze wieder. Und haben schließlich alles hier wieder in einer separaten Zeile. Deswegen BR, 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 BR. Zack. Und dann haben wir es gemacht. Und so kannst du das jetzt kopieren bei Amazon einfügen. Und dann hast du es exakt so, wie wir es hier formatiert haben. Eben kopiere dir die Befehle. Die habe ich hier unter dem Video auch nochmal in die Beschreibung. Das heißt, wenn du die suchst, wenn du die einfach kopieren willst, kopierst dir, speicherst dir auf deinem Computer eine Datei. An dem Tag, wo du deine erste Produktbeschreibung erstellst, hast du die Datei auf deinem Computer. Oder eben du merkst dir, wo das Video hier war. Und dann kannst du die ganzen Befehle und den Bullet Point hier rauskopieren. Denn ich tue es gleich unter das Video. Dann hast du es auch da. Und dann kannst du deine Produktbeschreibung formatieren, sauber formatieren wie Profis. Hast wieder einen Unterschied zwischen deiner ganzen Konkurrenz. Und hast wieder den Kunden die Entscheidung, einen Schritt einfacher gemacht, welches Produkt er kaufen soll und welches eben nicht. So einfach kann es sein, Geld zu machen. So einfach kann es sein, der Konkurrenz voraus zu sein. Das wäre auch schon alles zu dem Thema heute. Wenn dir es gefallen hat, lass ein Like da. Klicke auf Abonnieren. Unter dem Video findest du die HTML-Befehle und die wichtigen Links. Zum Beispiel zur Amazon FBA Facebook-Gruppe. Wenn du da noch nicht drin bist, komm rein. Oder zu meinem Amazon FBA Kurs, der Amazon FBA Überholspur, wo du noch mehr Details und Tricks lernst zu Amazon. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.